hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen video dieses video enthält keine bilder keine videos oder sonstiges sondern dieses video ist ein reines laber video das sage ich einfach nur vorweg nicht dass ihr auf irgendetwas wartet oder sowas ich möchte nämlich einfach mal auf ein paar kommentare auf den umgang untereinander und sowas eingehen was in letzter zeit so unter meinen videos oder unter meinen bildern auch kommentiert wurde ebenso möchte ich auch mal ein bisschen spezieller auf zwei drei themen eingehen die immer wieder diskutiert werden wie immer wieder von mehreren leuten diskutiert werden wo ich einfach irgendwann denke es ist auch irgendwann mal gut aber deshalb habe ich gesagt ich mache jetzt einfach mal das video ich habe tatsächlich länger überlegt ob ich dieses video überhaupt machen soll weil ich denke dass ich mit diesem video dem ein oder anderen ich möchte nicht sagen auf die füße trete vielleicht mich unbeliebter noch unbeliebter mache als ich bei dem ein oder anderen eh schon bin ich will jetzt nicht sagen dass es mir egal ist aber ich stehe da drüber weil ich verstehe mich nicht im internet ich bin so wie ich bin und ich kommuniziere eigentlich relativ offen was ich mit meinen pferden mache wie ich sie halte warum weshalb wieso und ich denke es ist einfach noch mal zeit da noch mal einmal darauf einzugehen und es wird auch das letzte mal sein dass ich auf zwei drei themen noch mal speziell eingehen weil es einfach leid bin mich immer und immer und immer wieder dazu zu äußern und das immer und immer und immer und immer wieder diese diskussion dazu überhaupt irgendwie aufkommen vorab möchte ich mich aber trotzdem noch mal einmal bedanken und zwar nämlich bei euch bei 95 prozent eigentlich meiner leser und zuschauer die immer super sachlich unter meinen videos und beiträgen kommentieren ihr wisst man kann mit mir immer auch gut diskutieren man kann immer kritik üben solange es sich alles auf einer sachlichen ebene irgendwo befindet es gibt ja auch leute das hatten wir jetzt bei dem anreiz video also das erste mal drüber lehnen und drauf sitzen die auch geschrieben haben es wäre jetzt nicht mein weg also das ist mir jetzt persönlich zu früh oder ich hätte das vielleicht irgendwie zu einem anderen zeitpunkt gemacht aber ich finde das trotzdem gut wie es gemacht wurde ja das ist doch super das ist so ein statement da kann auch jeder mit leben also das ist doch wunderbar das ist weder persönlich angegriffen noch irgendwie ich muss dir einen besseren ratschlag geben und du musst unbedingt deine meinung ändern zu irgendeinem thema oder sonstiges und so liebe ich das eigentlich weil so ist es eigentlich zur in der regel immer bei mir klar ausnahmen gibt es immer wieder aber es sind ein paar sachen die ich mir einfach jetzt mal glaube ich von der seele reden muss deshalb tut es mir leid falls das video so ein bisschen vielleicht jetzt auch verwirrend wird und noch ein großes dankeschön geht an meine stable crew nämlich den leuten aus meinen stellen wo nämlich ganz viele von auch meine videos verfolgen und insbesondere auch eure kommentare lesen und so oft werde ich gefragt krissi wie hältst du das überhaupt aus wie ich würde ausrasten ich würde was weiß ich was ja es ist tatsächlich nicht immer einfach bin ich auch ganz ehrlich und manche kommentare sind auch dabei da krieg ich ein bisschen puls da kommt mir da raus und dann muss ich wirklich auch manchmal mein handy bei die seite legen bei die seite besonders an die seite legen und für mich selbst sagen okay du lässt das handy jetzt mal ein zwei stunden liegen gehst da gar nicht dran beruhig dich erst mal und dann versuchen wir das ganze irgendwie auf einer sachlichen ebene vielleicht zu klären wobei das meistens bei diesen personen dann auch nicht mehr möglich ist so bisher eigentlich viel bla bla und noch gar nicht großartig was passiert ja wir fangen einfach mal an und zwar möchte ich zwei themen heute explizit irgendwie mit euch besprechen ist ja zu viel gesagt aber ansprechen und das erste thema ist das große thema hengst warum ist q hengst warum bleibt q hengst und so weiter und so fort es gibt diverse gründe warum q noch hengst ist unter anderem ist für mich das thema auch dass wenn wir ihn kastrieren er nochmal einen wachstum schubs macht natürlich ist das auch immer das kann sein das muss nicht passieren aber das fährt ist jetzt 170 und der ist drei und der muss nicht 180 irgendwo werden zweitens möchte ich einfach auch dass er noch ein bisschen mehr diesen schönen ausdruck bekommt dass er einfach noch ein bisschen mehr fährt wird und er ist halt einfach super händel war immer noch er reagiert immer noch nicht auf stuten es gibt für mich im moment keinen grund dass ich sage ich muss dieses pferd kastrieren lassen damit sind wir auch bei dem thema was sehr oft diskutiert wird nämlich ich muss ihn kastrieren damit das pferd in einer herde weiter leben kann wie er es früher getan hat so weit so gut hört sich in der theorie natürlich auch super an aber in der praxis ist das halt einfach bei uns nicht umsetzbar ich bin jetzt ganz krass gerade raus und sagt selbst wenn ich morgen in q kastrieren lasse und er ein wallach ist wird er deshalb nicht übermorgen auch in der herde draußen stehen so ist es weil bei uns im umkreis gibt es keine herdenhaltung schon gar nicht für den hengst und auch gar nicht für irgendwas andere pferde und zumindest nicht an einem stall wo ich sagen möchte da möchte ich mein pferd hinstellen da habe ich entsprechende trainingsmöglichkeiten und sonstiges natürlich gibt es auch bei uns im kreis offen stelle aber da müsste ich dann natürlich jetzt sage jetzt wie zum beispiel aktuell dass ich mein pferd ja gerne anreiten lassen möchte dass mein pferd eine schöne grundausbildung bekommen müsste müsste ich ja alle zwei tage mein pferd aufladen und irgendwo hinfahren und da frage ich mich ist das jetzt weniger stress wenn ich alle zwei tage ein junges pferd aufladen muss und irgendwo durch die gegenschepper muss mal abgesehen vom zeitlichen aufwand der dahinter steckt damit er dann irgendwo im offen stall steht oder halt einfach dass er wie jetzt stundenweise auf der wiese steht mit nachbarn rechts neben links neben dran und damit eigentlich auch sehr zufrieden ist dazu komme ich gleich auch noch mal also es gibt für mich einfach keinen grund also ich muss mich manchmal fragen wie verdammt noch mal überlebt das ruby seit 15 jahren mit stundenweisen koppelgang und box das grundsätzliche ist doch was wir uns fragen müssen ich meine jeder kennt doch sein pferd und jeder kann sein pferd einschätzen ist mein pferd mit den gegebenheiten die er da irgendwie hat glücklich macht es einen zufriedenen eindruck und das wichtigste überhaupt an der ganzen sache ist es ist meine entscheidung es ist zwar lieb und nett dass da sich leute gedanken darüber machen und so das freut mich auch aber es ist meine entscheidung wie ich wo mein pferd irgendwo hin stelle und leute ich habe über 18 jahre lang ein eigenes pferd also ich habe denke ich genug pferde erfahrung auch um zu wissen was gut und was schlecht ist für mein pferd und um ein pferd einschätzen zu können es kam auch dieser wunderbare satz das was ihr macht das sieht alles nach typischer sportpferdereiterei aus ich sage euch jetzt auch noch mal 1 gerade heraus wie ich bin q ist ein sportpferd also q ist mein nachwuchs pferd fürs turnier auch solltet ihr irgendwie in der infobox oder sowas noch nicht nachgelesen haben wer ich bin und vielleicht auch erst seit kurzem vervoll dann muss ich sagen auch mit ruby bin ich turnier geritten auch ruby war ein sportpferd und ist turnier gelaufen und auch wir haben trainiert und das hat dem pferd jetzt auch nicht geschadet ich finde das so schade einfach dass in der heutigen zeit ein sportpferd immer dargestellt wird als würden wir die tiere quälen oder sonstiges auch ein sportpferd kann durchaus glücklich sein und glaubt wir was wir für unsere sportpferde tun damit es dem gut geht die kriegen ja klar wie das andere fährt auch die zahnbehandlung da guckt regelmäßig der sattler drauf die haben ihre physio die haben ihre osteo die werden betrüttelt gemacht getan und ich behaupte jetzt ich weiß damit setze ich mich jetzt ganz schwer in die nesseln dass das dass sie mehr gesundheitlich unter kontrolle stehen als manch eines freizeitpferd natürlich gibt es auch im sportpferde bereich schwarze schafe die eben halt nicht pferde gerecht auch trainieren das gibt es im freizeitbereich aber auch so und auch zum thema haltung möchte ich noch mal darauf hinweisen dass es natürlich immer auf das pferd drauf ankommt was hat das pferd für grundbedürfnisse das ist selbstverständlich und es gibt pferde die natürlich am besten 24 stunden draußen stehen alles gut dass das wenn ich jetzt so ein pferd dann müsste ich mir natürlich auch irgendwas überleben aber ruby stand zehn jahre lang in einem stall wo er am tag fünf bis sechs stunden auf der koppel stand und in seiner box war und sonstiges ja mein pferd hatte zu der zeit zehn jahre lang gewebt der wollte immer wenn ich kam direkt aus der box und war immer so ein bisschen stressi in der box ok dann sind wir umgezogen und er hat eine paddock box bekommen ok aufgrund seiner krankheit die ruby hat geht er aber nur noch drei stunden auf die wiese was die hälfte der zeit ist die er vorher hatte großes geschrei natürlich auch am anfang ist aber so eigentlich durch das pferd gar nicht auf die wiese ich ermöglichen trotzdem dass er auf die wiese kann weil ich für mich gesagt habe dann lebt er halt ein jahr weniger aber er kommt auf die wiese raus und ich kann ihm das nicht ganz streichen das nur weil beiläufig am rande innerhalb kürzester zeit hat man beim ruby gemerkt er hat nicht mehr gewebt er war tiefen entspannt in der box wenn ich komme und sagt hey ruby ich bin da war das nicht scha 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 hängen an der tür hol mich raus ich will raus da gibt seinen kopf vom heu sagt servus frisst weiter und sagt brauchte ich gerade nicht alles gut und das sehe ich bei q genauso q ist ein pferd der ist unfassbar mit dem kann man ganz krass kommunizieren er hat eine gesichtsmimik absoluter wahnsinn und man kann ihm unheimlich viel am gesicht ablesen du kannst ablesen ob er jetzt gerade pissig ist weil ich ihn angeschissen habe weil er nicht stehen wollte oder so aber sauer ist ob er verunsichert ist ob er zufrieden ist ob er was weiß ich ängstlich ist man kann ihm extrem viel am gesicht ablesen und man kann extrem gut mit ihm kommunizieren jetzt sind wir ja bei diesem thema mit der jungen pferdeausbildung und sonstiges da gab es ja auch schon die diskussion einen dreijährigen und der ist wird ja gezwungen der wird gezwungen dass da ein reiter jetzt drauf kommt ich möchte jetzt mal eins sagen das pferd ist jetzt acht wochen bei mir und der war in acht wochen sechs mal unterm sattel unterm reiter wenn ich das in minuten hoch rechne ja weil wir arbeiten ja nicht 15 20 30 minuten mit dem unterm sattel nein in minuten saß da noch nicht mal eine stunde lang insgesamt einer drauf und das kann mir keiner erzählen dass das für ein junges pferd viel ist oder dass ich ihn damit irgendwie überfordere oder quäle oder sonstiges und ihr merkt dass das bringt mich ein bisschen zur weißglut dass mir sowas unterstellt wird weil ich kenne meine pferde ich kann sie sehr gut einschätzen ich weiß was gut ist für sie und da muss ich mir nicht von irgendeinem anonymen im internet sagen lassen das ist tierquälerei oder sonstiges weil da platzt mir echt die rutschnur ich verstehe auch einfach nicht in der heutigen zeit warum es nicht möglich ist normal miteinander zu kommunizieren warum muss man kommentare die persönlich beleidigend beschimpfen sind oder sowas schreiben man kann doch einfach voraussetzen es ist doch in ordnung wenn ich etwas nicht gut finde wenn ich das nicht euer weg ist den ich gehe kann ich das verstehen dann ich gehe auch nicht jeden weg den irgendeiner vorgeht ja dann sage ich halt einfach okay sorry das entspricht nicht meiner philosophie aber gut dann gucke ich mir die videos nicht mehr an oder sonstiges aber ich pöbel nicht unten drunter unter den kommentaren rum ich muss jetzt mal einfach so ein beispiel nennen der opa nebenan mit seinem deutschen schäferhund er geht jetzt zwei dreimal am tag 30 minuten mit dem hund spazieren wenn er mir jetzt auf der straße entgegenkommt dann gehe ich doch auch nicht zu dem und sagt ey opa was du machst ist tierquälerei weil das ist eigentlich ein deutscher schäferhund in seiner natürlichen bestimmung ist das ein hütehund und er muss draußen sein und schafe hüten und nicht im zwei zimmer appartement wohnen ihr versteht worauf ich hinaus will ja abgesehen davon wenn wir jetzt auf den natürlichen ursprung des pferdes der evolution irgendwo zurückführen kommen unsere pferde aus der steppe und brauchen heu und nicht wiese aber das ist ein ganz anderes thema da kann man auch stundenlang noch mal drüber diskutieren darauf gehe ich auch gar nicht ein ihr seht also dieses thema ist echt schon was was mich beschäftigt und ich kann es nicht haben wenn ich nachts irgendwie im bett liege und darüber nachdenken muss ob ich mich vor irgendwem oder irgendwas zu rechtfertigen habe nein ich habe mich gar nicht zu rechtfertigen weil es sind meine pferde meine entscheidung aber ich denke einfach das ist ein oder anderen von euch einfach auch interessiert was bei uns passiert der vielleicht sagt ich nehme mir einen tipp mit ob mein pferd jetzt dann dreijährig ist vierjährig fünfjährig wenn ich diesen tipp durchführe spielt doch im prinzip gar keine rolle ja und wenn der kio gut ist und wenn er super mitmacht wie jetzt auch auch wenn er nur wenig unterm reiter war das pferd ist grandios der trabt schon und galoppiert frei in der halle rum beim sechsten mal unterm reiter ist er unterm reiter das erste mal galoppiert ohne zucken ja zwei runden durch pariert zum trapp andere hand einmal galoppiert zwei runden durch pariert zum trapp noch mal einmal trapp durch die ganze bahn abgesessen fertig super was erwarte ich denn mehr und wenn das pferd im herbst oder im frühjahr nächstes jahr so weit ist dass der auf ein turnier gehen kann dann ist das so dann ist das aber auch meine entscheidung wenn ich sage ich gehe das den schritt und sag jawohl ihr stellt mir auf dem turnier vor oder ich reiten selbst auf dem turnier dann erwarte ich dass das leute respektieren wie gesagt ich erwarte nicht dass man alles gut findet was ich mache was wer auch immer macht sondern ich erwarte einfach ein respekt und anstand in der kommentarfindung in der wortwahl jetzt immer eigentlich über das eigentliche erste thema hengst über die pferderhaltung und zum thema ich überfordere mein pferd eigentlich schon drüber her weg also ich habe eigentlich ich hatte eigentlich erst gesagt ich will zwei themen besprechen eigentlich waren es dann drei und eigentlich habe ich jetzt auch alles angesprochen ich bitte einfach nur die leute unter euch die eben nicht so korrekt sind wie die meisten von euch wenn ihr kommentare schreibt die irgendwas hinaus team was nicht euren vorstellungen in dem video entsprechen wie gesagt überhaupt kein problem könnt ihr alles schreiben aber vernünftig ja und dann muss es auch nicht sein dass dann 20 leute noch mit diskutieren ich sehe das genauso das ist total scheiße und das geht gar nicht und wie kann man nur ich verstehe das nicht bei mir der schon längst die eier ab und das ist tequälerei und das ist da kriege ich einfach einen hut ganz ehrlich ich lösche keine kommentare ihr wisst das ganz genau ich lösche ich habe glaube ich drei kommentare mein leben auf youtube gelöscht die echt persönlich beleidigend unter die gürtellinie ging ja ansonsten lösche ich keine kommentare und lasse das auch gerne drin stehen aber irgendwo juckt es mir dann schon echt in den fingern weil ich einfach diese diskussion leid bin ihr habt gemerkt das war jetzt echt so sachen die ich mir einfach mal echt von der seele powern musste gerade natürlich ist es aber immer wieder super schön auch eben positive kommentare zu lesen und zu lesen dass man halt eben nicht alles falsch macht wie halt manch einer das sehen es ist halt auch wirklich nur eine handvoll die ich würde sich sagen die einfach stehen kann ja aber ich fühle mich hat einfach persönlich angegriffen weil ich halt manchmal auch denkt leute ihr müsst da echt mal drüber nachdenken was ihr schreibt und ich glaube dass ich das sehr sehr gut selbst einschätzen kann was ich wie welchem pferd wie zumuten kann was ich mir selber zumuten kann und sonstiges so ich glaube das wird es jetzt gewesen sein ich werde mich dann jetzt die tage endlich an das reitvideo von q setzen das habe ich jetzt die woche einfach von mich her geschoben weil ich jetzt einfach echt mal alles sacken lassen musste was da so passiert ist und einfach wie persönlich verletzend manche anonym im internet sein können und nochmals ich bedanke mich wirklich bei denen die das voll und ganz unterstützen die einfach auch freundlich schreiben auch wenn es nicht deren vorstellung entspricht vielen dank dafür ihr wisst eigentlich gar nicht wie sehr man sowas zu schätzen weiß ja also ich merke mir sowas sehr wohl wer es böse mit mir meint und wenn ich und genau also ich setze mich jetzt an das reitvideo dran da wird es natürlich auch wieder schöne diskussionen geben ich frage mich manchmal wirklich von den leuten die alle da so massiv bösartig ihren senf dazugeben wer von denen wirklich schon ein junges pferd angeritten hat egal ob es jetzt drei vier fünf sechs ist oder was weiß ich was aber gut das sei jetzt einfach mal so dahingestellt ich bedanke mich dass ihr vielleicht durchgehalten habe bis zum ende vielleicht habt ihr es auch nicht vielleicht habt ihr auch zwischenzeitlich abgeschaltet und habt gedacht alter die ist total bekloppt das kann man sich nicht mehr anhören oder ich bin raus aus der nummer ich freue mich natürlich trotzdem wenn ihr wieder beim nächsten video mit einschaltet und sagt dankeschön bis zum nächsten mal ciao meine lieben